Aufzeichnung, los jetzt. Könnt losfahren. Ja, warte mal. Ich hab das jetzt ein Stück hoch gemacht, Fabian. Okay? Weil es ist sonst doof, weil ich drück das hier noch. Das ist sonst doof, weil da hab ich nur in den Hebel. Die sind ganz schön aufgeschüttet. Ich schüttel den hoch. Danke. Sehr gut. Ist der die cool? Hm? Cool? Okay. Ja, ob es geht, dann kommen wir mit dem T-Shirt, dann kommen wir mit dem T-Shirt, dann kommen wir mit dem T-Shirt. Wenn wir zu lange haben, dann stecken wir mit dem T-Shirt. Wenn wir zu schnell sind, dann mal runter schalten. Oh Gott, wir kommen nie raus. Wenn wir eigentlich nicht drin sind. Du wolltest dich mehr nach links sehen. Die kommen nicht aus. Die kommen nicht aus. Ja, das ist voll. Ja, das ist voll, bevor es kommt mal schwach. Die wollen wir uns nicht verstehen. Na gut. Ja, das ist voll. Das ist voll.